Herzlich Willkommen zu einem neuen Reaction Video hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns den Gameplay Reveal Trailer vom Spiel Perfect Dark an, vom Xbox Showcase 2024 vom Summer Game Fest. Ist offensichtlich Neuauflage bzw. ein Remake. Das Spiel kam 2000 raus. Von daher habe ich da noch nie davon gehört. Ist auch ziemlich schwierig, wenn ich 99 geboren bin. Aber es sah ziemlich spannend aus und wir schauen uns mal an, was uns hier erwartet. Ihr target ist in possession of a radioactive device. Stop Carrington's attack at all costs. Good luck, Agent. Die Cyberpunk AK9. Was natürlich immer wieder ein cooles Setting ist. Ich war falsch. Willkommen in Garten City, wo es 23 Gradien alle Tag, jeden Tag. Das sieht unglaublich cool aus. Wie weit ist sein letztes Beinemmerung? Die Lokale Fortschritte auch auf seine Beinemmerung. Du musst ihn finden, bevor sie tun. Ich werde improvisieren. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen auf jeden Fall auf den Weg geben. Wenn das alles heutzutage so einfach wäre und man einfach ein Gerät für alles haben könnte, und man alles hätten könnte. Ja. Nun. Das sind sehr coole Szenen. Am Anfang diese Cyberpunk mäßige Future City und jetzt hier plötzlich irgendwie so ancient mässig könnte aber natürlich auch einfach eine Stage sein irgendwie für einen Filmdreh oder so sieht auch so ein bisschen aus. Und er erinnert hier ziemlich an Mirror's Edge. Die ganzen Bewegungen. Find the truth. Und da ist ein bisschen was von hinten hin dabei. Scan's clear. I'm going in blind. Carrington! Dammit! Analyze. What am I looking at here? Carrington appears to be targeting a research facility. If he attacks it, the casualties could be astronomical. So cool. Agent Stark, it's a pleasure to meet you. I could use someone with your skills. Spannend. Wie auch beim Star Wars Spiel kann man hier offensichtlich die Module beziehungsweise Kugeln tauschen. Eigentlich dieselbe Waffe. Einmal ein Stun Gun und dann plötzlich eine normale Waffe. Sehr cool. Und ein bisschen Assassin's Creed-like. Solche Takedowns von oben. I had to lose everything before I could see what this world was really hiding. I hope you're ready, Agent Stark. Are you all seeing this? Once you open this door, there's no going back. Perfect Dark. Ich weiß gar nicht, gibt es da schon ein Release-Datum? Wahrscheinlich eher nicht, weil es hier nichts angezeigt wurde. Sieht ziemlich spannend aus. Ich muss ja sagen, ich liebe solche Agentenspiele eigentlich, wo man eben schleichen kann. Und das hat sehr viele verschiedene Elemente dabei. Irgendwie aus verschiedenen Games, finde ich, sieht ziemlich cool aus. Ich werde das Spiel auf jeden Fall auf der Wishlist haben, wenn ich es nicht schon habe. Und sicherlich spielen. Von daher, vielen Dank für's Zuschauen hier bei diesem Gameplay-Trailer. und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.